Warum bist du denn so müde? Weil ich die ganze Nacht nicht erschlafen habe. Warum bist du denn so glücklich? Weil du holst mich ab. Warum bist du denn so freilich? Weil ich habe einen Freund getroffen. Warum bist du denn so traurig? Weil ich kann heute Abend nicht mit dir essen gehen. Warum bist du denn so sauer? Weil ich möchte morgen nicht arbeiten. Clara, ich habe gestern zwei Stunden auf dich gewartet. Warum bist du nicht gekommen? Weil ich arbeite den ganzen Nachtmichtag im Büro. Weil ich ging zur Bank und war sehr übergelastet. Weil ich war mit meiner Mutter in der Arzt. Weil ich war an meinem Freund Geburtstag. Und dann hat mein Mann einen Ball zu verbrechen. Weil ich war mit meiner Schmerz implant. Wür Schmerz. Ich bin zu sehr, was Demon zu OUT. Und dann muss ich mich providers pow περιassen. Davon 1, 2, 3 an Falconszen. Weil ich mich covering für Runde stecken. Vielen Dank.